montag der vierte dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zu neuen video wir öffnen heute das adventskalender türchen und moment da ist natürlich das türchen auch wenn man es nicht erkennt es ist eine kerze das war im übrigen der netto adventskalender wieder am kaufland sieht das natürlich was anderes da aus hoffentlich und natürlich hier teddybär mit geschenk so da war ich weiß ich ja nicht mehr ob ich ihn wirklich im aldi geholt habe da ich es sehen weil es die vier und das soll ein feuerwehrfahrzeug sein das dürfte wieder sein und da kommt auch die kerze zu vorschein jetzt kommt wieder alkohol und ich sehe schon da ist das türchen haben nur eine form so da ist die vier bei dem geschenkten all die adventskalender und da kommen die lokomotive erst in diesem jahr damit sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen dienstag